So suchen Sie den Modellnamen, die Produktnummer oder die Seriennummer Ihres HP-Computers. Überprüfen Sie Ihren Computer und seine Etiketten, um die Identifikationsnummern für einen HP-Desktop-Computer zu finden. Sie benötigen die Identifizierungsinformationen Ihres Computers, wenn Sie mit dem HP-Support interagieren. Was ist der Unterschied zwischen einem Desktop-Modellnamen, einer Produktnummer und einer Seriennummer? Der Desktop-Modellname oder das Modell gibt die Komponenten an, die zum Erstellen einer Gruppe von Desktop-PCs verwendet werden. Ihr Desktop hat einen Namen auf dieselbe Weise, so wie ein Autohersteller einem bestimmten Fahrzeugtyp einen Modellnamen gibt. Die Produktnummer oder SKU identifiziert Ihren HP-Computer innerhalb einer Modellnummer-Serie und legt die Region fest, in denen der Desktop verkauft wird. Die Seriennummer ist für jeden einzelnen Computer eindeutig und wird verwendet, um Garantieinformationen zu überprüfen und Reparatur, Service und Bestellverlauf zu verfolgen. Es könnte beispielsweise 10.000 HP-Desktops mit demselben Desktop-Modellnamen, aber nur 1.000 mit derselben Produktnummer und nur einen einzelnen Desktop mit einer eindeutigen Seriennummer geben. Überprüfen Sie die folgenden Orte, um den Modellnamen und die Nummern Ihres Desktops zu finden. Überprüfen Sie die physischen Orte auf dem Desktop auf ein Produktetikett, auf dem der Modellname und die Nummer des Desktops angezeigt werden. Das Produktetikett befindet sich möglicherweise oben, an den Seiten, auf der Rückseite oder auf der Vorderseite des Computers. Suchen Sie den Namen und die Nummer Ihres Desktop-Modells mit dem HP System Information Tool. Laden Sie unter Windows 10 HP System Information aus dem Microsoft Store herunter. Halten Sie auf der Tastatur die Tasten STRG und ALT gedrückt. Halten Sie die Tasten gedrückt, drücken Sie die Taste S und lassen Sie dann alle Tasten los, um das Fenster HP System Information zu öffnen. Ihre Desktop-Informationen werden neben Produktname, Produktnummer und Seriennummer aufgeführt. Der HP Support Assistant ist bei neuen, auf Windows-basierenden HP-Computern vorinstalliert oder kann von hp.com//go//hpsupportassistant aus installiert werden. Öffnen Sie auf Ihrem Computer den HP Support Assistant. Wählen Sie Ihren Desktop aus und zeigen Sie dessen Informationen an unter Produktname, Seriennummer und Produktnummer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.chino-frostofferdeck.de Verwaltigungsver Wegen Sie den Sp vì Through die Tasten hinunter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wegen Sie des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2020 Vielen Dank.